So Freunde und es geht schon wieder weiter mit EverQuest 2. Wir sind nach wie vor auf der Insel der Zuflucht, die uns jetzt gehört nach 11 Jahren EverQuest 2. Das war die Belohnung für 11 Jahre EverQuest 2. Man kann sich seine eigene Insel der Zuflucht kaufen. Für kostenlos. Man muss nur 11 Jahre EverQuest 2 spielen. Aber okay, das haben wir hinter uns. Das haben wir gemacht. Ich habe hier in der letzten Folge diese Persönlichkeit dorthin gesetzt. Ist natürlich eigentlich falsch. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, ob die am Anfang steht oder am Ende. Wir können ja nochmal gerade ins Inventar schauen. So, da haben wir nämlich noch eine ganze Menge mehr Figuren und Personen. Ich glaube, der gehört hier auch rein. So, der sieht aber so ein bisschen kleiner aus irgendwie. Ich stelle ihn mal da hin. So, und der müsste uns jetzt was über Freihafen erzählen können. Soweit ich das weiß. Ob hier mal gerade. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Beim Start von EverQuest 2. Aber da ich jetzt schon Mitglied von Kenos bin, will natürlich der Botschafter Freihafens nicht mehr mit mir reden. So, ich wollte mich heute in dieser Folge noch ein kleines bisschen mit euch hier umgucken. Aber dann müssen wir so langsam das nächste beginnen. Nehme ich mal so ein bisschen Action. Ich muss unbedingt Level 20 werden. Und das wird unser primäres Ziel sein in den nächsten zwei, drei Folgen. Je nachdem, wie lange das dauert. Ich habe hier auch oben links, das war in der letzten Folge noch ein bisschen weiter links, ich habe das eben gerade verrückt, habe ich das hier hingesetzt. Auf jeden Fall eine neue Shortcut-Leiste. Da kann ich zum Beispiel mein Hausfenster und so weiter öffnen. Das ging früher, glaube ich, auch nicht. Da musste man immer hier zurück zur Tür. Aber wir haben ja keine richtige Tür mehr. Wir haben ja erst nur noch das hier. So, und da haben wir zum Beispiel den Hausdressor-Zugang. So, wir hatten mal Gegenstände. Ach, da stehen die zwei Gegenstände drin. Der Hausdressor. Wo ist denn der Hausdressor? Löffel schwastelt. Layout speichern, Layout laden. Ach, da kannst du hier Gegenstände einsammeln und so weiter. Portalobjekt holen. Persönliche Tutorial-Insel wurde eurem Inventarien zugefügt. Jetzt steht es nochmal. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich finde das einfach nicht. Persönliche Tutorial-Insel. Dieser Gegenstand kann in jedem Haustyp platziert werden. Ach so, ist es etwa hier das, warte mal. Ist es hier etwa das, warte mal. Genau, warte mal. Wie war denn hier die Shotcut-Funktionen eigentlich für mein Inventar? B, Back. Ach, B war es. Ist okay. So, wir haben da hinten schon dieses Teil. Deswegen brauchten wir eigentlich ja gar nicht mehr neu setzen. Ah, okay. Ich verstehe. Man kann das woanders reinsetzen. Ach so, logisch. Man kann ja verschiedene Wohnungen haben. Und dann kann ich logischerweise ein Portal in eine andere Wohnung hinstellen, wobei es dann durch dieses Portal direkt hier zur Insel der Zuflucht geht. Das ist natürlich eine feine Sache. Jetzt habe ich es auch endlich kapiert. Gut, warte mal. Ich will gerade mal schauen, was wir noch im Backpack haben. So ein Küstenkrebs. Na komm. Den Küstenkrebs, den setzen wir da hin, oder? Ich weiß auch nicht, ob der entlang läuft. Wir lassen ihn mal in dieser Originalgröße. So groß war nämlich früher wahrscheinlich auch. Ich habe den jetzt genau hier ins Licht gesetzt. Cool. Ja, da kannst du doch die Insel der Zuflucht wieder so ein bisschen einrichten. Das ist natürlich eine feine Sache. Ich schaue gerade jetzt nochmal. Was haben wir da? Robuster Ovestgur. Den hatten wir schon vorher. Wir haben hier das Portalobjekt. Ein knieendes Goblin-Blühstier. Komm, den setzen wir nochmal. Und dann tue ich mal die ganzen Hausgegenstände hier. Verfrachten in meinem letzten Rucksack. Was ist das hier? Falken-Blühstier. So, dann müssen wir das hier leider Stück für Stück rüberschieben. Ich will so ein bisschen Ordnung haben in meinem Inventar. Die erste Tasche ist ja bereits zugemüllt ohne Gnade. Wir müssten da ohnehin mal Ordnung machen. Und wenn ich nur ganz kleine Rucksäcke hätte, dann wäre das wahrscheinlich das Inventar längst zugemüllt. So habt ihr aber noch reichlich Platz. So, da ist noch eine Tür. Die stellen wir auch da hin. Okay, und das war vorher schon, beziehungsweise das haben wir noch. Ein Goblin-Blühstier. Das Goblin-Blühstier, das wollten wir jetzt noch setzen, genau. Und die kommen da hin. Denn früher waren dort hinter diesem ersten Durchgang die Goblins. Die ging dann noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, hier kamen die ersten Gegner, wie es in FA-Quest 2 gab. Okay, wir setzen ihn mal da hin. Hier, da lassen wir ihn mal da knien. Und ich hier. So, wir platzieren ihn mal. Aber der soll uns schon angucken. Den kann man mit dem Mausrad drehen. Und da steht er. Sagt er auch was zu mir? Nö, ne? Aber ist egal. Solange der mir nichts tut, ist er bei mir zu Hause auch willkommen. Und wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt folgendes. Ich will Level 20 mit euch werden. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen zaubern gehen. Wir haben ja mehr oder weniger ausgerüstet. Ich werde es irgendwann mal aufscreen wegschmeißen hier und ausmisten und so weiter. Das mache ich jetzt nicht. Aber wir werden jetzt folgendes machen. Und zwar das Haus verlassen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ach, in Kainos Regierungsviertel. Praktisch da, wo wir in der letzten Folge ins Haus reingegangen sind. Genau. Hier stehen wir auch wieder direkt davor. So. Jetzt haben wir natürlich Antonika. Und wir haben auch die Donnersteppe. Ich glaube, in der Donnersteppe ist es... Warte mal. Warte mal, da liegen noch Schneebälle. Die nehmen wir doch mal mit hier. Ach so, du kannst immer nur 20 nehmen. Dann musst du ein bisschen warten. Und dann kannst du wieder 20 nehmen. So, der Durchgang ist gesperrt. Wir gehen mal weiter da hinten hin. Ich hole mir mal meine Schneebälle. Die setze ich mal auch hier hinten hin ins Letzte. Und hole mir die auf eine Shortcut-Leiste hier. Tja, man bekommt die, wie gesagt, ich sagte es in der letzten Folge schon, nur im Winter. Wenn man die sich allerdings aufhebt, dann kann man auch im Sommer mit Schneebellen werfen. Ist natürlich eine feine Sache, wenn du immer mal wieder einen schön mit Schneeball bewerfen kannst. Du kannst auch NPCs mit Schneeballen werfen. Nicht nur andere Spieler. Hier zum Beispiel die Milizwache. Das zählt durchs der 10. Der ärgert mich. Und da kriegt jetzt einer. Bang. Haha. So. Und wir gehen jetzt wieder raus nach Antonika. Ich würde mal schauen. Ich glaube, die sind ein bisschen schwach in Antonika. Ist ja schon wieder lange her, dass wir F-A-Quest 2 gespielt haben. Ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Aber ich glaube, wir waren in der Donnersteppe zuletzt. Wir haben dort die ersten Quests angenommen. Das war allerdings noch ein bisschen schwer gewesen. Also die Donnersteppe ist eigentlich noch zu schwer. Ich glaube, man sollte mindestens noch ein Level höher sein. Um die Donnersteppe einigermaßen bestehen zu können. Und wieso ist denn überhaupt schon wieder Nacht? Ich glaube, ich leide wirklich unter dem Fluch, dass ich Online-Rollenspiele immer nur nachts spielen kann. Und das, obwohl jetzt hier, ich sag's euch, aktuell 15.33 Uhr Samstagmittag. Aber es ist Nacht hier. Bei World of Warcraft ist es ja glaube ich so, da ist es wirklich immer tageszeitabhängig. Da ist die Nacht auch wirklich Nacht. Wobei bei World of Warcraft ist es sowieso so, dass die Nacht keinen deutlichen Unterschied macht. Also das heißt, es ist da eigentlich immer mehr oder weniger gleich hell. Im Gegensatz zu Evercraft ist hier, wo die Nacht ja schon ein bisschen dunkler ist. Ich glaube, es setzt sich mal auf mein Pferd. Wir reiten mal mit dem Pferd hier weiter in den Norden. Und da kommen nämlich ein paar schwere Gegner. Und dann werden wir hier einmal unseren Kreuzzug durch Antonikia machen. Und einfach nur ein bisschen grinden, damit wir hier auf Level 20 kommen. Und dann auch wunderschön anfangen können mit diesem Spiel hier. Ist so richtig zu genießen. Ich freue mich schon auf den Tag. Wir haben schon viel gemacht. Ich habe bei EverQuest 2, bei dieser Staffel hier einiges vorgehabt. Die Verräterquests ist das ein bisschen schief gelaufen. Das hat viel länger gedauert, als ich mir erhofft hatte. Aber gut, letztendlich haben wir es gepackt. Und jetzt kann so langsam das eigentliche Spiel EverQuest 2 beginnen. Wir brauchen nur noch eine Sache. Und das ist Level 20. Und ich brauche noch was, ein Schluck Kaffee. Und das, wo ich mir vorgenommen habe, im neuen Jahr nicht mehr so viel Kaffee zu trinken. Und übrigens auch kein Cola Light. Ich trinke jetzt nur noch normales Cola. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Aber ich will mal weg von diesem ganzen Süßstoff und diesem ganzen Gedöns. Ich glaube, das tut mir nicht gut. Und ich trinke lieber nur noch alle 2-3 Tage eine Tasse normales Cola, als jeden Tag 2 Liter Cola Light. Zumindest ist das einer meiner guten Vorsätze fürs neue Jahr. So, warte mal. Diese Blau, ich glaube, die bringen gerade noch so genug Erfahrung. Ich steige jetzt aber mal auf dem Pferd ab, weil mir geht es so ein bisschen auf den Keks hier. Das ist schnell herumgereiht. Und ich will mal gucken, wie gut wir sind. Ob ich es noch immer drauf habe. Ja gut, bis der merkt, dass er angegriffen wird, ist er auch schon fast tot hier. So, der ist erledigt. Ah, Quest erfüllt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben doch diese Golems eingesammelt, die Knollrunen, um die Knollsprache zu erlernen. Da hat noch eine gefehlt und die haben wir jetzt. Ich habe eine große Anzahl von Knollrunen untersucht, die sowohl im Noratianisch als auch Knollisch geschrieben waren. Ich verstehe jetzt die Sprache der Knolle. Saugeil. Das heißt, wenn die Knolle jetzt wieder mal schimpfen, können wir jedes Wort verstehen, was sie sagen. Das ist geil, ne? So, da können sie fluchen hören. Ich versuche es jetzt mal mit Anketten. Tötet ihn, tötet ihn. Und da steht sie jetzt auch schon übersetzt da. Man kann also lesen, was der will. Nur leider haben seine Kollegen ihn nicht gehört. Das heißt, er klickt jetzt auf die Mütze und keiner von seinen Kollegen hilft ihnen. Der ist tot. Ja, der ist tot. Der ist tatsächlich tot. So, und was gab es? Hundespeicheln. Na, toll. Hat mir gerade noch gefehlt in meinem Sortiment. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch stärkere Gegner finden als hier diese blauen. Tötet ihn, tötet ihn. Jawohl. So, auch der ist erledigt. Ich habe jetzt gar nicht auf die Erfahrungsanzeige geschaut. Wie viel Erfahrung es gibt. Der ist sogar grün. Komm, wir gehen nochmal tiefer rein hier. Das bringt ja nichts, ne? Weiß oder gelb. Wenn wir jetzt da am Orakelturm vorbeigehen, das ist da vorne hier, ist der Orakelturm. Dann sehen wir wahrscheinlich auch die ersten gelben Gegner. Da sind nämlich so Bären. Die sind relativ stark. Genau da will ich hin. Hier irgendwo an dieser Straße läuft auch die legendäre Holly Windpirscher vorbei. Das ist ein Gruppengegner mit drei Pfeilen nach oben. Und die wird uns so richtig schön den Arsch aufreißen, wenn sie uns erwischt. Aber ich glaube, sie erwischt uns nicht. Obwohl ihr hier manchmal rumläuft, aber eher selten. Und die kommt immer nur dann, wenn man sie nicht erwartet. Wenn du hier gerade am Kämpfen bist oder so, dann fällt sie eine in den Rücken. Und dann ist man meistens sofort tot, weil die schon ziemlich stark ist. So, warte mal. In welche Richtung? Hier einfach mal weiter. Die sind jetzt auch blau. Das sind diese Eidechsen hier. So, aber jetzt müsste es so langsam anfangen, ne? Bei dem Windpirscher Dorf. So. Auch hier gibt es eine riesige Fauna. Und da ist schon der erste. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. So, werden wir mal töten. Der ist gelb, also im Löffel über uns. Dann mal schauen, wie's klappt. Das Festbinden hat schon mal nicht geklappt. So, momentan kein Zauber frei, doch der wieder. Wir haben definitiv ein Zauber zu wenig. Ich hoffe, dass wir auch mit Löffel 20 einen neuen Zauber bekommen. Bei dem ist dann so richtig schön im Dauerfeuer die Gegner balken können. So, und der nächste. Wir probieren es wieder mit Festketten. Und diesmal hat's funktioniert. Dafür hat er hier meinen ersten Zauber widerstanden. So. Ja, da steht schon ein bisschen was. Aber der ist nur ein Löffel höher als wir. Und da kommt der Angrant hier. Der Wauwau. Aber der ist auch schon tot. So, was haben wir jetzt bekommen hier? Naja, 0,4% etwa. Ne, 4%. Nicht 0,4, 4%. Und was fehlt uns noch? 10, 20, 26% etwa. Das heißt, wir müssen uns in dieser Folge noch packen. So, zwei Kaltorsis-Ritter. Im Duo geht bei mir. Geiles Deutsch, ne? So, wo ist denn der Zweite hin? Sag mal. Ja, der ist schon tot. Ich seh's gerade. Da liegt seine Leiche. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass der schon gestorben ist, ey. Okay, aber der Nächste. Die sind halt nur blau. Ja, da gibt's nicht so viele XP. Da gibt's deutlich weniger XP. Aber da macht's halt die Masse. Weil die stehen hier überall rum. Ihr seht das, wenn ihr mal da in die Ferne schaut. Da gibt's hunderte von denen. Hier gibt's später mal eine Erbequest. Wo du 1000 Untote töten musst. Dann ist diese Stelle hier einer der idealen Stellen, um die 1000 Untote in kürzester Zeit zu schaffen. Ich glaube, mein Rekord sind 45 Minuten oder so. Aber da musst du schon im Level gut sein. Nun kehrt Ruhe ein, ja? Ich hab dir da eine ewige Ruhe gebracht, mein Freund. Das ist doch geil, oder? So, hier, der Nächste. Ein massiger Pirscher. Auf geht's. So, jetzt bräuchten wir noch einen. Jetzt hab ich aktuell keinen mehr frei. Kein Zauber, da kommt der Nächste. Mir fehlt also noch ein Zauber, um hier wirklich durchgehend ballern zu können. Und wir haben die nächsten 10% geschafft. Jetzt fehlen noch 19% etwa. Ich schau grad mal, was der jetzt bringt hier. Das ist nur ein blauer. Und wenn ihr Alpha Quest 2 selbst spielt, dann empfehle ich euch folgendes. Und zwar, egal wie, immer alle Skills durchdrücken. Auch hier anketten, obwohl man es gar nicht brauche. Ich hab's eben in diesem Fall nicht gemacht. Ist aber ein Fehler, das werdet ihr später bitter bereuen, wenn ihr zum Beispiel nie Gegner ankettet. Angenommen, ihr spielt immer in der Gruppe und ihr kettet nie Gegner an. Und irgendwann spielt er nicht mehr in der Truppe und dann seid ihr im Anketten total schlecht, weil hier neben dem Zaubern selbst auch noch Skills steigen. Ihr seht zum Beispiel hier, wo sehe ich's denn gerade? Ah, jetzt sehe ich gerade nichts. Sie sehen, dass sie nichts sehen. Nee, aber manchmal steht, dass sie haben das und das hier bekommen. Und das heißt, es gibt hier Fähigkeiten zum Anketten, die man braucht. Keine Ahnung, wie sie heißen. Aber die muss auch gesteigert werden. Und die steigert nur, wenn man diesen Skill auch benutzt. Das heißt, wenn ihr den nie benutzt habt und dann seid ihr irgendwann Level 90 und dann seid ihr am Arsch, weil ihr habt den Skill einfach nie benutzt. Ihr könnt bei Null anfangen. Und deswegen immer alles schön durchprobieren. Auch schön im Nahkampf. Du musst eins auf die Mütze bekommen, damit du deine Abwehrfähigkeiten steigerst. Auch das ist scheiße, wenn du immer in der Gruppe spielst. Denn meistens hast du ja als Damage-Dealer, so wie ich einer bin, einen Tank. Das heißt, der fängt den ganzen Schaden ab. Das ist aber das Problem, was du dann hast später, dass du keinen Schaden aushältst, weil du diese Fähigkeit gar nicht gesteigert hast. Deswegen immer schön alles abwechselnd machen. So, das sind blaue hier. Ich wollte es eben gerade schauen, wie viele Erfahrungen die kriegen. Wir sind jetzt aktuell bei 0,5. Also bei 5. Bisschen weniger. Tja, so viel Erfahrungspunkt beginnt ja gar nicht hier. Also die Gelben sind da schon ein bisschen besser. Guck mal, wo die Gelben sind. Das sind Beeren. Das sind Beeren. Die sind weiß. Okay, schon mal besser als Blau. Immerhin vier Stück. Die werde ich jetzt einer nach dem anderen dezimieren. Mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, auf die Uhr zu schauen. So, aber ich will hier das Level noch fertig machen. Ist mir egal, wie lange. Wir machen das auf jeden Fall noch. Dass wir in der nächsten Folge dann so richtig schön loslegen können. So. Oh, und der ist sogar gelb. Der ist sogar gelb. Und das Ketten hat auch funktioniert. Das ist geil. Okay. Junge, der hält immer noch was aus. So, da ist er hinten. Sehr schön. Und wir sind bei den letzten 10% fast angekommen. Vielleicht noch eins. Ihr seht, dass ich immer mit der Maus hier auf diese Icons klicke. Das ist eigentlich eher ungünstig. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Jahre so gespielt, dass ich immer mit der Maus auf die Icons geklickt habe. Aber dann habe ich irgendwann mal angefangen, einen Heiler zu spielen. Und dann war das absolut unmöglich. Da musst du viel schneller reagieren. So, hier habe ich allerdings das Problem. Ihr seht, da steht oben Alt 1, Alt 3, Alt 4 und so weiter. Ich habe praktisch die falsche Leiste hier. Ich bräuchte die Leiste mit 1, 2, 3, 4, 5, die ich hier unten habe, um es einfach nur mit der 1, 2, 3, 4, 5 zu drücken. Für die oberen Zauber muss ich immer die Alt-Taste mit gedrückt halten. Ich muss irgendwann mal diese Leisten ändern. Hier zum Beispiel Steuerung gedrückt halten dabei. Sodass ich meine Hauptspells auf 1 bis 9 habe und dann von mir aus auf der unteren Leiste die Spells mit Alt und so weiter. Aber da ich das nicht gemacht habe, drücke ich halt hier immer drauf, so lange. Momentan geht es. Jetzt wird es auch endlich hell. Wo sind eigentlich, waren das jetzt 4 Bären oder waren das nur 3 Bären? Ich glaube, der 4. Bär ist abgehauen. Der ist da hinten, ne? Ja, auf jeden Fall, das mal zur Begründung, warum ich das immer mal hier mit der Maus anklicke. Aber normalerweise empfiehlt es sich, das mit der Taste zu machen. Ich mache mal hier Taste 4. Ihr seht, das geht viel schneller. Aber Alt-T4 ist dann ein bisschen blöd zu drücken. Ich muss die Leisten definitiv umlegen. Wobei, als Zauber geht es noch, wie gesagt, ich habe zwar Jahre lang so gespielt, aber als Heiler, wo du dann ein bisschen mehr auf Schnelligkeit und so machen musst, da ist es dann natürlich scheiße. Solltet ihr die Leisten auf jeden Fall so setzen, dass ihr hier das mit den Zahlen mit der Tastatur bedienen könnt. So, die nächste Sammlung. Dankeschön. Hat der Bär was verloren? Nö, der hat nichts verloren. Was ist hier mit dem Holzfäller? Auch nichts. So, aber da oben ist der nächste Bär. Ist auch wieder ein Gelber, der bringt ein bisschen mehr Erfahrung. Also, so wie die anderen Gelben auch. Auf jeden Fall ein bisschen mehr als die Blauen. Dann werden wir den auch mal ins Visier nehmen. So, ich zeige euch jetzt noch was hier, während ich den behake. Da steht hier, ihr habt euch in folgendem verbessert. Unterwerfung 80 von 95. Das ist das, was ich gemeint habe. Mit jedem Level, den ihr steigt, steigt auch der rein theoretisch mögliche Wert, den ihr haben könnt. Zum Beispiel hier in Unterwerfung. So, wenn ihr natürlich das nie ausgeführt habt, den bestimmten Zauber, dann seid ihr zum Beispiel in Unterwerfung einfach nicht besser geworden. Das heißt, ihr habt irgendwann einen Level 90 Charakter mit einer Unterwerfung von 0 oder sehr gering auf jeden Fall. Und das ist natürlich scheiße. So, was gab es hier? Herstellung der Handelsgesellschaft, was? Bestellung der Handelsgesellschaft, weiter zu sehen. Das ist eine Quest. Wir haben eben so eine kleine Quest hier rausgeholt. Und da gibt es noch ein Fragezeichen, werden wir auch nehmen. Die Sammlungen bringen uns irgendwann auch sehr viel. Wir machen mal hier. So. Ich glaube, wenn ich die jetzt weggeräumt habe, dann war es das. Dann habe ich mein verdientes Level ab und wir sind endlich Level 20. Ich gehe jetzt erst mal zu dem. Bei dem anderen stehen mir zu viele hier rum. Wir müssen das ganz geschickt machen hier. Weil ich glaube, drei gelbe Beeren oder zwei, die könnten uns durchaus gefährlich werden. So, dann kommt er auch schon an. Das Anketten hat nicht lange gehalten. Und er hat auch wieder eine Truhe verloren. Leiche von Riesen Kodiak Bär. Was? Ne. Was gab es da? Ach, schon wieder eine Bestellung. Also die nächste Aufgabe. Wegelager. Ja, die sind böse Gesellen. Deswegen werde ich dem jetzt mal in den Arsch aufreißen. We have visitors. Wir haben Besuch. Ja, nicht mehr lange. Dann habt ihr keinen Besuch mehr, weil ihr nicht mehr da seid. So, die redet noch, obwohl sie schon tot ist. Die hat es noch nicht ganz begriffen, aber wir sind schon wieder beim nächsten hier. Und zwar den Bären. So, wir schauen mal. Er hat geklappt. Das ist sehr gut. Er hat auch geklappt. So muss es sein. Und da kommt er an. Aber er ist auch gleich tot. So, ihr seht, dass wir sind wirklich ganz knapp davor vor Level 20 ein Gegner noch und das war es dann. Wir sind Level 20 und haben einen weiteren Meilenstein erreicht in Everquest 2. Ja, diese Staffel, also ich sage jetzt mal, diese zwei Wochen Sachen, sage ich jetzt einfach mal Staffeln dazu. Fängt gut an. Er ist die Insel der Zuflucht, jetzt direkt Level 20. So muss das. So, ich versuche, den nochmal anzuketten, damit er nicht so viel Schaden macht im Nahkampf. Und auch funktioniert. jetzt hier, der verdichtende Schlag. Auf geht's. Ich habe keinen frei aktuell. Jetzt doch wieder. Ja, auflösen 3 und wir sind Level 20. Yeah. So, wir bekommen einen neuen, was ist das Buff, ne? Wir bekommen den neu, sehr schön. Auch wieder ein Buff. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und das war es leider. Keinen neuen Zauber oder doch hier, machen wir da auch Gift Schaden. Warte mal. Ne, das ist ein Buff, schade. Wenn das Ziel Schaden nimmt, hat dieser Zauber eine Chance von 25%. Folgendes zu wirken. Nihilismen auf Angreifer des Ziels, also doch leider nur ein Buff und keinen neuen Zauber. Das heißt, wir haben auch, zumindest bis Level 21, wieder Pausen in den Kämpfen, Lücken, aber das macht nichts, denn jetzt hat sich einiges geändert. Gut, Freunde, was sich geändert hat, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich mache mal ein kleines Päuschen und wir sehen uns in Kürze wieder. Macht's gut, bis dann. Ich mache mal ein kleines Päuschen.